Angenommen, Sie möchten von einer umfangreicheren Präsentation, die Sie immer wieder halten, nur ausgewählte Folien für ein bestimmtes Publikum zeigen. In diesem Fall hilft Ihnen die Funktion Zielgruppenorientierte Präsentation. Hier definieren Sie, welche Folien Sie für wen herzeigen wollen. Die Teilpräsentationen wählen Sie dann aus, sowohl beim Präsentieren wie auch beim Drucken. Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass Sie sich das mühevolle und fehlerträchtige Ausblenden von Folien vor jedem neuen Vortrag ersparen. Mithilfe der zielgruppenorientierten Präsentation erübrigt sich auch das Erstellen unterschiedlicher Einzelpräsentationen. Kein Problem, sagen Sie. Bedenken Sie, mehrere Präsentationen ziehen nach Änderungen einzelner Folien einen Rattenschwanz an Aktualisierungen nach sich, wenn die Folie doppelt oder dreifach vorhanden ist. Eure Präsentationen Kein Problem, sagen Sie. Vielen Dank.